So, und dann werfen wir am Ende noch mal einen Blick auf das Effekt-Routing. Und zwar, ich erkläre es euch einfach hier direkt mal an dem Beispiel. Ich habe hier unser Lead-Vocal und da will ich jetzt ein bisschen Reverb drauf packen. Also benutze ich den einzelnen Send hier zu Bus 3, Lead-Vocal Reverb First. Aber was jetzt passiert ist, ich sende jetzt nicht nur an einen Bus, sondern mein Signal wird hier multipliziert auf drei verschiedene Channels mit jeweils einem unterschiedlichen Reverb drauf. Hier ein Plate Reverb, ein Room und eine Konzerthalle. Und das hat einen entscheidenden Vorteil und zwar man kriegt viel komplexere und dichtere Reverbs hin als mit nur einem Setting. Man kann das variieren, was am besten zum Song passt und man kann quasi die Returns eben hier im Level verändern, um sich so seinen perfekten Reverb zusammen zu mischen. Also zum Beispiel, ich starte jetzt hier mit dem Plate Reverb. Der klingt jetzt ein bisschen dünn alleine, weswegen ich einfach ein bisschen eine größere Halle hinzufügen will, dass es ein bisschen orchestraler wirkt. Und jetzt kann man natürlich noch überlegen. Der Plate Reverb klingt auch sehr dünn. Die Halle macht es schön nach hinten dann auf. Aber mir fehlt noch so ein bisschen vielleicht ein paar Early Reflections, darum ist hier das Room Setting drin. Das kann man reinfaden, um ein bisschen ein paar Reflections reinzuholen. Und so kriegt man eben an sehr komplexen, schönen Reverb hin im Vergleich zu der einzelnen Plate. Ja, und dieses System verwenden wir hier für Reverbs und auch für Delays. Also zum Beispiel soll jetzt auch noch ein Delay dazu. Plus 1, Lead Vocal Delay Verse. Und da passiert das Gleiche. Ich habe hier Slap Delay, Achtel, Viertel, Halbe und ganze Noten. Und dann mische ich mir einfach quasi den Return zusammen, so wie ich ihn hier brauche für den Song. Stand up when they want you down. Someday we all might be free. Also man ist wirklich super flexibel und kann sehr interessante Settings machen. Und ich darf nicht vergessen, ich habe hier wirklich einen Send-Knopf, einen Level-Regler quasi dann für den entsprechenden Effekt. Ich muss nicht drei oder vier Effekte auf einmal steuern. Ich kann wirklich sagen, ich erstelle meinen Reverb, der für den Song passt. Und dann habe ich hier einen Go-Knopf. Ja, und da kommen wir dann auch hier zu dem beiliegenden Plugin. Und das hier ist es schon. Halls of Fame heißt das. Das ist eine Engine, die verwertet Impulse Responses. Und mit dabei sind Presets und Impulse Responses von fünf legendären analogen Reverbs. Und die sind hier in unserer Library schon mit drin. Das ist einmal das Bricasti M7, EMT 250, Lexicon 960, Lexicon 480 und QRS Reverb. Und die sind alle relativ unterschiedlich. Das Bricasti hat super realistische Räume. Das EMT klingt ein bisschen mehr Vintage. Das Lexicon 960 und 480, die sind sehr fluffig. Und das QRS, das ist ein bisschen dunkler. Und hier könnt ihr wirklich aus einer Vielzahl von Presets wählen. Und die dann einfach in die Engine laden. Und hier auch nochmal manipulieren mit einem EQ. Ihr könnt das Ende trimmen, falls euch das nicht lang genug ist. In Release quasi könnt ihr das Sample strecken oder ein bisschen erweitern. Free Delay hinzufügen. Hier haben wir bei der Plate 150 Millisekunden. Also sehr coole Engine. Und wie gesagt, kommt mit einer Vielzahl von Presets, die wohl locker ausreichen, um irgendwie einen interessanten Reverb hinzukriegen. Ja, und das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat der kurze Überblick gefallen. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns doch gerne. Wir helfen euch gerne. Wir beantworten alle Fragen. Und ja, bis dann. Bis dann! Mal